Ja, hallo zusammen. Jetzt willkommen zum dritten Gilden-Budget-Deck auf dem Kanal. Heute ist nochmal die Golgari-Gilde dran. Ich habe mir aber was Neues für heute überlegt. Schließlich haben wir schon super viel über das Golgari-Deck geredet, beziehungsweise sogar schon über drei verschiedene Versionen quasi von dem Golgari-Deck geredet. Wer ganz neu hier ist auf dem Kanal, das Deck-Entwicklung oder Deck-Evolutions-Video zum Golgari-Deck, würde ich an der Stelle auf jeden Fall empfehlen. Und für heute habe ich tatsächlich noch eine vierte Variante rausgesucht. Die Hulk-Version vom Golgari-Deck, das ist wirklich eine super coole Budget-Variante, sowohl für Paper Magic als auch für Magic Arena-Spieler. Und deswegen wollte ich heute ein kleines Crossover quasi machen. Wir starten mit einem wirklich ganz, 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 ganz schnellen Deck-Check. Die meisten Karten kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Und im Anschluss machen wir dann bei Magic Arena mit diesem Budget-Deck, eins zu eins nachgebaut, ein paar Gameplays, um zu schauen, wie das Deck dann wirklich funktioniert. Ja, bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dazu Feedback gebt. Ist halt mal ein bisschen was anderes in der Budget-Reihe. Ihr könnt die Videoreihe mit einem Daumen hoch auf jeden Fall super supporten. Würde ich mich mega freuen. Und ja, legen wir sofort los. Viel Spaß mit diesem Video. So, hier ist auch schon mal die Deckliste. Die werden wir quasi dann im Anschluss auch so spielen. Die eine oder andere Karte werdet ihr jetzt mit Sicherheit wirklich wiedererkennen, wenn ihr ein paar meiner Videos schon gesehen habt. Wir haben die Deckliste aber hier wirklich mal ein bisschen anders gemacht. Die neue Kombo mit dem Hulk eingebaut, die Menagerie, ein paar neue Karten auch wirklich eingebaut. Das Ganze natürlich dann in der super Budget-Version. Es ist ja egal, wie viele Wildcards das Deck eigentlich letztendlich bei Rina kostet. Hier geht es ja eigentlich um die Paper-Decks. Und deswegen das Budget ungefähr 20 Euro. Ich habe tatsächlich nochmal nachgeschaut, ohne Porto und Versand. Es ist wirklich ein bisschen billiger als die ersten Gilden-Budget-Decks, die wir hatten. Kann man also auf jeden Fall mitarbeiten. Und die 20 Euro, finde ich, sind schon relativ hoch angesetzt. Also wenn man sich die Einzelkartenpreise anschaut, wir haben hier wirklich keine Karte drinne, die mehr als ein paar Cent kostet. Es ist wirklich ein super, super preiswertes Budget-Deck. Also wenn ihr die Karten irgendwie nicht habt, man kann wirklich die Karten super leicht auch zum Beispiel ertauschen. Sie haben keinen großen Einzelwert. Also es ist wirklich insgesamt ein super preiswertes Deck. Man könnte das wahrscheinlich auch für 10 Euro zusammenkriegen. Dennoch sehr, sehr, sehr hohes Power-Level. Und ja, wie gesagt, schneller Deck-Check. Schauen wir uns sofort die Einzelkarten an. Was ist noch wichtig? Weiter geht's. Starten wir mit der namensgebenden Karte, dem Hulk hier. Unser Molder Hulk 9 Mana 6-6 mit der Undergrowth-Fähigkeit. Er kostet ein farbloses Mana weniger zum Wirken. Für jede Kreaturenkarte in unserem Friedhof. Und wenn er das Spielfeld betritt, dürfen wir eine Landkarte aus unserem Friedhof direkt wieder ins Spiel bringen. Auf den ersten Blick gar nicht mal so super stark. Aber hier in diesem Deck wirklich eine hervorragende Kreatur. Letztendlich bezahlen wir immer nur 2 Mana für eine 6-6er-Kreatur. Das ist tatsächlich auch schon eine ziemlich starke Kreatur. 6-6er-Kreaturen fordern meistens ein Removal. Die anderen Kreaturen, so aktuell mit den aktuellen Karten, sind in der Regel ein bisschen kleiner. Also er ist auf jeden Fall schon mal ziemlich stark. Und mit seiner Fähigkeit unten, dass wir ein Land wieder ins Spiel bringen können, können wir quasi die super Good Stuff Value-Maschine aufbauen mit dem Memorial to Folly. Wenn wir das Land opfern dürfen, eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Dann nehmen wir natürlich den Hulk, können den Hulk wieder für 2 Mana ausspielen. Und der Hulk bringt das Memorial wieder ins Spiel. Und wenn der Gegner keine Möglichkeit hat, um Karten bzw. hier den Hulk direkt ins Exil zu schicken, dann kommt er immer wieder für sehr wenig Mana. Und das ist halt wirklich schon eine super starke Synergie wieder hier in dem Golgari-Deck, welche man einfach nur aus Uncommons bauen kann. Wir hatten ja schon wirklich viele gute Synergien für die Golgari-Decks. Aber hier, das einfach nochmal was Neues, ist halt wirklich stark. Die drei Memorials an sich sowieso ein super gutes Utility-Land. Wir haben ja auch noch wirklich andere gute Einzelkarten im Deck, die man dann eventuell aus dem Friedhof wiederholen will. Also das Memorial ist immer wirklich super gut. Und auch der Hulk, der kann halt manchmal dafür sorgen, dass wir uns nach vorne rampen. Ich habe ihn auch schon mal im dritten, vierten Zug gespielt. Dann das Land, was er rausgesucht hat, hat mich dann quasi für den nächsten Zug direkt ein Mana weiter nach vorne gebracht. Also er ist wirklich deutlich besser, als man denkt. Und unser Deck versucht halt diese Strategie auf jeden Fall auszunutzen. Sehr stark auf jeden Fall. Und ja, ich wollte mich ja kurz halten als nächstes. Die Karten sollten eigentlich bekannt sein. Unser Selbstmüll-Paket. Viermal Stitcher Supplier und dreimal Glow Sporesch haben, damit wir auch wirklich direkt ordentlich Karten bzw. Kreaturen von unserer Bibliothek in den Friedhof bekommen. Dann als nächstes die Explore-Mechanik. Musste ich auch auf jeden Fall einbauen für so ein Budget-Deck. Die ist einfach viel zu stark und viel zu preiswert, wenn man sich die Karten holen will. Viermal White Growth Walker. Wirklich auch eine sehr wichtige Karte. Wird immer größer, generiert zusätzlich Lebenspunkte gegen Agro oder Burn Decks. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich die passenden Explore-Karten dazu. Viermal der Mervolk Branch Walker. Und zweimal der Seeker Squire hier. Sehr schöne Budget-Varianten. Der Branch Walker wird sowieso gespielt. Extrem gut im 2-Mana-Bereich. Und der Squire so ein bisschen als Ersatz für den Jade-Light-Ranger. Der ist einfach viel zu teuer für so ein Budget-Deck. Der wird im Moment wirklich viel von den Turnierspielern gespielt. Und ist dementsprechend halt auch ein bisschen teurer aktuell. Wir spielen hier den Squire. Der funktioniert auch noch ganz gut. Und haben dadurch zumindest im 3-Mana-Bereich ein bisschen mehr Möglichkeiten da. Ein paar flexiblere und andere Kreaturen zu spielen. Und zusätzlich hilft das auch unserer Mana-Base. Denn es ist sehr schwer zum Beispiel mit dem Stitcher Supplier direkt im ersten Zug ein schwarzes Mana zu haben. Und dann im dritten Zug Doppelgrün zu haben. Wenn man viele Standardländer spielt. Und dann kommt sich das irgendwie immer in die Quere. Und dann kann man die Karten auch eigentlich gar nicht dann spielen. Wenn man sie wirklich ins Spiel bringen möchte. Also ist das auf jeden Fall in Ordnung das hier so zu zocken. Und ja eben kurz angesprochen der 3-Mana-Bereich. Mal ein bisschen was anderes. Isarres haben wir auch schon mal gesehen. Unglaublich gute Einzelkarte. Weil sie halt mit jedem Angriff immer noch mal eine Kreatur aus dem Friedhof wiederbeleben kann. Einfach super gut für unsere Strategie. Dann 3-mal Playcrafter. Den spiele ich in der Regel nicht ganz so oft. Aber er ist eine der wenigen Möglichkeiten in so einem Budget-Deck. Auch gut mit Planeswalkern beim Gegner fertig zu werden. Wir spielen hier nämlich nicht das Eldest Reborn in der Hulk-Variante. Das ist alles ein bisschen zu Mana-intensiv. Und der Playcrafter ist halt auch immer gut, wenn der Gegner wenige starke einzelne Kreaturen spielt. Und wir können halt immer am Anfang unseren Stitcher-Supplier erstmal opfern für den Playcrafter. Direkt weiter millen. Also er passt auf jeden Fall sehr gut in die Strategie. Und wenn man ihn eben gut vom Timing einsetzt, kann man dann beim Gegner auch mal eine richtig starke Karte treffen. Also auf jeden Fall in Ordnung. Und das Plague-Mare, ja das ist so ein bisschen, ich würde es fast eine Meta-Entscheidung nennen. Das muss natürlich nicht jeder spielen. Wenn wir gleich ein paar Runden online spielen werden, das Plague-Mare ist sehr gut, weil es einfach sehr stark gegen die roten Decks ist, wo viele Karten einen Widerstand haben. Gegen die Token-Decks, die Celestia-Decks ist einfach eine super gute Karte. Die Karte könnt ihr natürlich auch frei abändern, wenn ihr das Deck für zu Hause nachbauen möchtet. Wenn ihr nicht oft gegen Token-Decks spielt oder gegen so Weenie-Agro-Decks, dann braucht man das Plague-Mare nicht. Aber ich finde es halt sehr gut. Man kann es halt auch millen, dann später wieder zurück auf die Hand nehmen, wenn man es mal braucht. Also insgesamt finde ich, eine sehr gute Karte kann man auf jeden Fall zocken. Dann der 4-Mana-Bereich, zweimal das Chupacabra gegen andere Kreaturen. Wir spielen nicht wirklich Removal als Nicht-Kreaturen-Karte, weil wir mit den Kreaturen eben so viel machen können. Zweimal Chupacabra auf jeden Fall sehr gut. Und dann ein einzelner Feindbroker, mit dem habe ich ein bisschen die Mana-Kurve aufgefüllt. Er ist hier in dem Deck nicht ganz so wichtig, weil wir haben keine Planeswalker, keinen Eldest Reborn. Aber mit dem Feindbroker findet man immer eine gute Karte. Er ist halt sowas wie eine super große Eternal Witness. Generell eine starke Einzelkarte, also kann man hier auf jeden Fall auch zocken. Dann als alternativen Finisher, ganz am Ende der Kurve noch zweimal Isoni. Die Karte würde ich sowieso in fast jedem Golgari-Deck spielen. Muss ich glaube ich auch nicht mehr viel zu sagen. Macht Leben, Kartenvorteil und super viele Spielsteine in unserem Deck. Wirklich gute Karte, zocken wir auch auf jeden Fall. Dann Nicht-Kreaturen-Bereich, dreimal Feind Finality. Sollte auch jedes Golgari-Deck spielen. Haben wir schon ganz oft drüber geredet. Die Feind-Seite macht fett Kartenvorteil. Finality sehr wichtig mit eingebautem Mass-Removal, falls wir mal gegen den Agro-Deck spielen. Super gute Karte. Und dann noch eine neue Karte, die Gruesome-Menagerie. Die habe ich schon immer versucht, spielbar irgendwie hinzukriegen. Hier in dem Deck ist sie wirklich gut für 5 Mana, anders als beim Feind. Die Karten kommen halt nicht zurück auf unsere Hand, sondern direkt ins Spiel. Und man kann halt sowas nehmen wie ein Stitcher-Supplier, ein Wild-Groath-Walker oder eine Explore-Kreatur. Plus eine gute 3-Mana-Kreatur, eine Isarrest zum Beispiel. Also ist auf jeden Fall eine gute Karte, die direkt 3 Kreaturen wiederbelebt. Kann man auf jeden Fall zocken in einem Budget-Deck. Kostet halt auch nicht viel Geld. Ist eine schöne Karte. Wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, die Mana-Base ist natürlich super Budget gehalten. Wir können in einem Budget-Deck keine Schock-Duals oder ähnliches spielen. Aktuell können wir da quasi nur die Guild-Gates nehmen. Und ich wollte halt neben dem Memorial of Folly nicht noch mehr getappte Länder spielen. Also 4 Guild-Gates war hier wirklich für mich so das absolute Limit. Und dann wird eben aufgefüllt mit 10 Sümpfen und 7 Wäldern. Ist auf jeden Fall interessant so das Deck. Mit dem Shaman im 2-Mana-Bereich, wenn wir ihn ausspielen, können wir auch immer notfalls nochmal ein Land wieder auf das Deck legen. Das sorgt so ein bisschen für Colorfix. Also die Mana-Base funktioniert hier in Budget auch wirklich noch sehr, sehr, sehr gut im Vergleich zu anderen Decks. Kann man auf jeden Fall so zocken und dann noch ganz kurz abschließend, bevor wir zu den Gameplays kommen, wie immer die Deckbewertung. Die darf ich natürlich nicht weglassen. Sieht insgesamt sehr gut aus, die Deckbewertung. Deckbewertung. Darf man sich natürlich nicht von täuschen lassen. Es liegt einfach hier an dem Decktypen, so Golgari mit Range. Das Deck fällt bei der Deckbewertung einfach immer ein bisschen besser aus. Wenn wir aber einen Gegner haben, der unsere Strategie ganz klar auskontern kann, zum Beispiel mit super vielen Planeswalkern oder Graveyard-Hate, dann zerfällt das Konstrukt natürlich. Aber jedes Deck hat so seine Schwächen. Und die Bewertung insgesamt, wie gesagt, sehr gut. Und Kreaturen 4 von 5, wir haben viele und auch sehr starke Kreaturen. Also wirklich eine Top-Bewertung, Synergie. 3 von 5, wir haben wirklich Karten, die gut miteinander synergieren. Macht dementsprechend auch viel Spaß zu spielen, das Deck, wie ich finde. Und selbst im Bereich Kombo noch 2 von 5 mit dem Hulk. Das ist keine richtige Kombo. Eher sowas wie eine sehr, sehr, sehr gute Synergie. Aber das hat mir gereicht für eine 2 von 5 Bewertung. Ist hier der Golgari-Bonus meinerseits. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Tempo 3 von 5 mit Range-Deck, eben schön im mittleren Bereich. Und Kartenvorteil und Flexibilität und Control jeweils 4 von 5. Das ist natürlich ganz typisch für so ein Deck. Wir können super viel Kartenvorteil generieren mit unseren Karten. Wir sind zwar in der Liste nicht so super flexibel, aber das Control-Potenzial hat hier die Bewertung ein bisschen nach oben getrieben. Wir können nämlich gegen langsame Decks ganz klar eine Control-Rolle einnehmen. Einfach nur auf Kreaturen schießen mit Fine Finality. Also mit der Finality-Seite eben Mass-Removal-mäßig noch alles aufräumen. Also gegen langsame und aggressive Decks. Gerade mit unserem Live-Gain können wir ganz klar eine Control-Variante einnehmen. Unser größtes Problem ist wirklich ein hyper-aggressives Deck, wenn es schneller ist als wir. Oder ein super langsames Deck, welches super viele Planeswalker spielt. Das sind so ein bisschen hier die Schwächen von dem Deck. Man kann halt mit einem Budget-Deck nie 100% alles abdecken. Aber ja, das war es jetzt hier für den Deck-Check. Letztendlich hat er doch relativ lange gedauert, würde ich sagen, so geschätzt. Aber egal, wir machen im Anschluss jetzt noch ein paar Spiele bei Magic Arena mit genau der Deckliste. Bin gespannt, wie das Deck performt. Schauen wir mal. Los geht's. So, ich habe die komplette Deckliste hier bei Arena übernommen. Wird Zeit, den Hulk loszulassen. Bin mal gespannt, wie das Ganze hier im Online-Meta performen wird. Ich hätte das Deck natürlich noch ein bisschen verbessern können. Shock-Duals, Checkländer spielen. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also wirklich hier die komplette Budget-Version. Also egal, ob er es jetzt bei Arena oder tatsächlich dann in Paper nachbaut. Ist insgesamt ein sehr preiswertes Deck. Mal schauen, wie es sich schlagen wird. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los. Viel Spaß. So, die erste Starthand sieht gar nicht mal so schlecht aus. Unser Mana sieht in Ordnung aus. Wir haben sogar den Sumpf. Für den ersten Zug, für den Supplier, haben wir einen guten zweiten Zug. Das ist auf jeden Fall nice. Den Squire werden wir noch ein bisschen behalten. Und dann fürs Late Game ein Feind Finality. Da kann man echt nichts sagen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Keep. Auf eine gute Runde. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Mal gucken, gegen was wir spielen. Oh, irgendeine Art von Dimir-Deck. Und wir ziehen natürlich direkt das Land nach. Müssen wir natürlich vorsichtig sein. Wir wollen jetzt nicht so viele Länder ziehen. Milne, Isoni und einen Squire. Ja, alles klar. Hier sieht man auch direkt ganz schön an der Starthand, dass es manchmal relativ schwer ist, einen Jade Light Ranger zu spielen. Aus Budgetgründen haben wir den ja nicht im Deck. Entweder müssten wir jetzt, ja, auf jeden Fall noch einen ungetappten Wald nachziehen, damit das theoretisch Runde 3 funktioniert hätte. Oder wir hätten im zweiten Zug das getappte Land legen müssen. Also, ja, da wir die Budget Mana Base spielen, ist das gar nicht mal so schlimm, dass wir den Jade Light Ranger nicht zocken. Das Deck funktioniert auch so auf jeden Fall sehr gut. Und, ja, unser Gegner zockt derweilen Discovery. Könnte also das Dimir-Midrange-Deck sein. Oder einfach Dimir-Control. Könnte sich auch noch eine rote Mana-Quelle dazu gesellen. Oh nein, wir sehen den Hostage-Taker. Wer die Proto verfolgt hat, da gab es einen Deck-Check von. Das wird wahrscheinlich das Deck sein, welches Thief of Sanity, Hostage-Taker und Doom-Whisperer spielt. Je nachdem, wie viele Wildcards unser Gegner natürlich da investiert hat. Also versuchen wir, möglichst Druck aufzubauen. Branchwalker wäre ein Argument. Falls ein Land oben draufliegt, würden wir das wegziehen. Aber ich lege mal lieber den Shaman. Wir wollen am Anfang ein bisschen mehr millen. Mit 3 Power macht er auch einen Schaden mehr. Und wir legen natürlich kein Land zurück auf die Bibliothek. Und da müssen wir mal schauen. Das kann natürlich sein, unser Gegner kann gegen den Shaman sowas haben, wie Fungal-Infection. Ein One of Golden Demise hat das Proto-Deck gespielt. Dann natürlich Ritual of Suit, auch sehr stark. Aber wir haben halt auch ein starkes Late-Game. Ein Dead-Wade. Okay. Da verabschiedet sich schon mal der Schamane. Da haben wir Isoni. Na, mal schauen, wo uns das hinführt. Gerade hier bei Rina kann man jetzt auch die Budget-Decks ja noch ganz gut zocken. Weil ja viele Leute auch jetzt erst quasi neu dabei sind. Ich überlege gerade, ob ich Angst vor Syncopate habe. Sehr unwahrscheinlich eigentlich, dass ein Dimir-Deck die Karte spielt. Ein Syncopate für X gleich 1 könnte das sein. Könnte allerdings auch ein Essence-Getter sein. Aber ich lege mal den ungetappten Sumpf. Weil wir im vierten Zug eh nichts zu tun haben. Nicht wirklich. Nichts für 4 Mana. Und ja, dann können wir halt so um das Syncopate zumindest drum herum spielen. Und den Stitcher Supplier. Einmal kurz in den Friedhof nochmal schauen. Wir haben weder einen Hulk noch einen Memorial. Sehr schwer, finde ich. Ist halt nicht so die beste Karte. Aber ich denke, da wir die starke Milch-Strategie haben, können wir den zweiten Supplier obendrauf liegen lassen. Gerade in dem Match-Up. Oh. Oh, Castdown. Könnten wir auch mal sowas wie den Wild Gross Walker gut nutzen. Aber der ist halt nicht ganz so gut wie gegen Castdown. Notion Rain. Ja. So ein Dimir-Deck generell, wenn wir gegen ähnlich langsamere Decks spielen, können wir den Gegner hier eh nicht so schnell ja einfach racen. Aber wir können halt ordentlich Kartenvorteile auch produzieren. Also müssen wir ja gar nicht so Angst haben. Besonders weil die Farbkombination keine Planeswalker hat. Also können wir einfach auch den Grindy-Gameplan quasi verfolgen. Und das ist dann an sich eigentlich gar kein Problem. Hier öffne ich jetzt mal mit dem Supplier. Einfach nur, falls wir den Explore-Squire hinterher spielen. Alternativ könnten wir halt auch Feind spielen. Auf sowas wie Isares ist gar nicht mal schlecht. Die muss unser Gegner auch auf jeden Fall abschießen. Und wir könnten uns auch den Isoni nehmen. Ich meine, die Länder kommen ja irgendwann. Und wir spielen ja eh das Good Stuff Spiel. Könnten uns auch den Wild Gross Walker holen. Der halt auch auf jeden Fall ein Removal fordert. Ich glaube, das machen wir auch. Wir nehmen den Wild Gross Walker. Plus Isares, die halt auch weiter wiederbelebt. Und dann können wir nächste Runde nämlich den Walker plus den Squire legen. Dann mal schauen. Dann kommt bestimmt ein Removal vom Gegner. Dann können wir aber Isares nachlegen. Und wenn wir da noch ein, zwei Länder ziehen, haben wir halt Isoni. Müssen wir halt mal schauen, was unser Gegner hat. Falls er wirklich Thief of Sanity spielt. Den würden wir ungerne sehen. Okay. Cool. Scheint als ob wir auch gegen noch eine leichte Budget Version spielen. Das finde ich sehr gut. Und wir haben den Hulk nachgezogen. Das wäre auch nicht so schlecht, wenn der nur zwei Mana kosten würde. Also greifen wir mal mit den beiden Suppliern an. Da wird bestimmt einer tot geblockt. Oder es werden beide tot geblockt. Ist aber auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Wir haben noch 20 Lebenspunkte. Unser Gegner hat jetzt auch nicht mehr super viele Handkarten. Das ist absolut in Ordnung. Mehr Müll. Gerne. Los. Ab geht's. Hervorragend. Hervorragend. Da, da war... Ah, da war das Memorial. Und noch ein Hulk. Ein Playcrafter. Der ist halt auch sehr gut. Ja, cool. Machen wir Hulk. Zwei Mana, 6,6. Nehmen natürlich das Memorial. Haben wir noch direkt das fünfte Land. Also er rampt uns ja auch noch quasi so ein bisschen. Und jetzt muss er schon mehrere Sachen abschießen. Wenn er den Walker nicht abschießt, machen wir nächste Runde Squire plus Isarrest. Dann hat er wirklich drei eklige Ziele, die er handeln muss. Okay. Chupacabra schießt den Hulk ab. Aber den können wir uns ja wiederholen. In zwei, drei Runden tipp ich mal machen wir das. Und so ein bisschen Schaden ist halt jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Unser Gegner hatte zum Glück keine Desinformation Campaign. Das wäre mies. Wobei das nicht so schlecht ist bei unserem Deck, wenn wir Karten abwerfen müssen. Weil durch Feindfinality können wir notfalls immer die Hand wieder auffüllen. Ist eine gute Karte. Lassen wir oben drauf. Wir haben ja auch schließlich das sechste Land gezogen. Also das ist jetzt schon ein sehr mieses Sport für unseren Gegner. Unsere Lebenspunkte sind sehr stabil. Wir haben Isoni mit zwölf Kreaturen im Friedhof. Sieht man hier oben links in der Ecke. Der Walker will gehandelt werden. Sie muss gehandelt werden. Ansonsten belebt sie. Was könnte man mal wiederholen? Nächste Runde mit ihr. Ansonsten alternativ. Ein Chupacabra zum Beispiel. Für vier. Oder auch nicht. Wobei. Er doch. Er muss eigentlich sie abschießen. Dann spielen wir einfach Isoni. Das ist auch nicht schlecht. Und falls er dann keine Removal mehr hat, fangen wir an Karten zu ziehen. Und falls er das Removal hat, dann benutzen wir das Memorial, um den Halknotfalls nochmal wieder zu holen. Der fliegt ja nicht, ne? Den Trade nehmen wir gerne. Wenn ich das hier so sehe. Ich glaube, wir können unseren Gegner auch einfach auskontrollen. Wir könnten uns jetzt auch ordentlich Leben machen. Wir können halt auch einfach feinspielen auf Doppelbrunch Walker und Instant 6 Leben machen. Aber das ist mir nicht gut genug, muss ich tatsächlich sagen. Isarress wäre halt auch cool. Aber ich denke, wir greifen an. Bieten wir ihm den Doppelblock tatsächlich an? Ne, tun wir nicht. Keine Angreifer. Zweite Hauptphase Isoni und dann Go. Der Walker holt uns gleich die wichtigen Lebenspunkte. Ich glaube, den wollen wir jetzt nicht verlieren. Das wäre nicht ganz so schön. Jo, Isoni. 6 Mana. Wie viel hat er jetzt aus dem Feld gebracht? 16 Power. Und 17 Widerstand. Das ist okay. Das ist okay. So. Hat unser Gegner noch ein Removal? Na, das ganze Surveil hilft natürlich, auch die richtigen Karten zu finden. Mhm. Sieht halt echt nach so einer Art Mid-Range Deck aus. Okay, das Contempt für Isoni. Eventuell hat unser Gegner kein Mass-Removal in seinem Deck. Und das könnte halt ein großes Problem sein für ihn. Okay, unser Gegner kann zwei Blocken, kriegt 13 Schaden dadurch. Es sei denn, das ist noch ein Removal. 13 Schaden. Ja, wir können halt dann auch Feind auf Doppel-Hulk einfach machen. Beide Hulks ausspielen. Dann haben wir zwei 6-6er. Und unendlich viele Käfer auf dem Board. Und der Hulk holt einfach nur normale Länder. Das ist halt auch nicht so schlecht. Greifen wir erstmal an. Unser Gegner könnte auch Doppel-Blocken hier den War-Count auf 1 gehen. Aber das wäre schon krass. Okay, so kann man halt auch auf 1 gehen. So. Hätten wir einen Chupacabra eventuell abschießen können davor. Ich wollte zu viel mit den Hulks machen. Ist ja auch ein Hulk-Spotlight heute. Aber ich glaube, es ist relativ egal, was wir machen. Weil das insgesamt halt ganz gut aussieht mit 17 Lebenspunkten. Na ja, Hulk holt ein Land. Und dann noch einer. Auf dem Board ist es halt nicht mehr ganz so wichtig, was wir machen. Das hat aber schon mal sehr gut funktioniert hier, das erste Spiel. Wir haben alles gemacht. Wir hatten die Hulks. Unser Gegner hat auf gar keinen Fall genug Removal mit den Memorials. Good game. Hervorragend. Das war doch ein schönes erstes Spiel. Wollen wir mal schauen, ob wir noch einen zweiten Gegner finden. Und machen wir einfach noch ein Spiel. Mir macht das Deck einfach zu viel Spaß. Komm, weiter geht's. So. Die Hand sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht. Schlecht aus. Ein bisschen langsam, aber wir haben zumindest alle Farben. Können Schämen legen und es notfalls dann das dritte Land aufs Deck legen. Haben wir auch einen guten Aggro-Stopper. Ist in Ordnung. Könnt eventuell, wie gesagt, ein bisschen zu langsam sein. Wir haben halt auch nicht den ersten Zug. Wenn unser Gegner jetzt ein Gebirge legt, fände ich das nicht so cool. Weil das halt für ein Aggro-Deck spricht. Aber mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. So. Wahrscheinlich legen wir den Schämen als erstes. Wahrscheinlich. Bisschen millen. Na doch. Die Hand sieht gut aus. Okay. Los geht's. Ja. Bleibt bei Teptland. Wir haben direkt das dritte Land gezogen. Auch ein Summ für Isareth. Gar nicht mal schlecht. Mal sehen. Vielleicht ist es Boros. Es könnte alles sein. Die Ebene könnte noch alles bedeuten. Wenn wir die erste richtige Karte sehen, weiß man meistens mehr. Manchmal verraten die Länder schon einiges. Aber okay. Celestia. Sapoling. Okay. Es ist irgendeine Art Token-Deck ganz offensichtlich. Da ist der Schämen jetzt am Anfang nicht unbedingt so gut. Ja. Öffnen wir mit dem Walker. Jetzt müssen wir nur herausfinden, was für eine Art von Deck das ist. Es könnte natürlich auch so ein bisschen spaßiger sein mit Divine Visitation. Es könnte uns aber auch absolut kaputt hauen. Oh oh. Und jetzt Conclav Tribunal mit Convoke machen Token. Wir brauchen Plague mehr und Fine Finality. Es ist das Tribunal. Alles klar. Oh oh. Das ist ein richtig gutes Token-Deck, so wie es aussieht. Ob wir das hinkriegen? Äh. Wenn ihr jetzt keine Removal mehr habt, will ich tatsächlich sie legen. Ich will unbedingt an das Land rankommen. Aber mal sehen. Sie ist wenigstens 3-3. Nächste Runde können wir halt mit dem Branchwalker eröffnen. Wow. Okay. Plague mehr. Wir brauchen das Plague mehr. Komm schon, Deck. Bevor hier irgendwie ein Loxodon kommt oder ähnliches. Das wäre nicht so cool. Moment. Branchwalker ist wahrscheinlich besser. Falls wir direkt ein ungetapptes Land finden, tun wir ihn nicht. Aber wir finden das Fine Finality. Heißt, wir müssen jetzt nur noch ein paar Runden überleben, bis wir minus 4, minus 4 machen können. Großes Problem, wenn unser Gegner den Convoke Loxodon hat. Und einfach zu viel Druck aufbaut. Oder. Naja. Gibt so viel, was unser Gegner haben könnte. Okay. Flower für das fünfte Land. Hat er vielleicht mehrere auf der Hand und will dann den Pumpeffekt gleich holen. Das ist eine Shalai. Die ist auch nicht so super schlecht. Okay. Machen wir erst Branchwalker. Und dann Shaman. Wobei man auch halt immer Shaman machen kann und dann das Land drauflegen kann. Aber ich hatte Schiss, dass wir kein Land finden. Und dann kann man das Land direkt mit dem Branchwalker nachziehen. Aber so habe ich halt ein Land mehr, dachte ich mir. Yes. Funktioniert. Okay. Jetzt haben wir zumindest schon mal das sechste Land für die nächste Runde. Hervorragend. Kein Angriff. Wir räumen zwar auch unser eigenes Board komplett ab. Aber das ist ja egal. Das ist ja egal. Okay. Unser Gegner weiß, was kommt. Wir wissen, was kommt. Ja. Wir wissen, was kommt. Leider können wir die nur auf 5-4 hochpumpen. Also müssen wir nicht die Marken verteilen. Aber joa. Finality war gut. Jetzt geht es nur um die Follow-Up Plays. Unser Follow-Up-Play ist Isoni mit 4 Kreaturen im Friedhof. Geht schlechter. Den Beast Whisperer aufs Feld zu legen war ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung nach. Trostani ist gut. Da ist das Plague mehr. Jetzt müssen wir jetzt den Trostani irgendwie wegkriegen. Ich will jetzt nicht den Shaman legen und danach gar nichts machen. Also legen wir Trostani, auch wenn es nur 4 sind. Wenn wir gleich ein paar Käfer opfern können für Bonuskarten. Das ist deutlich besser. Jetzt geht es darum, ein bisschen Kartenvorteil einfach zu generieren. Zweite Shalai. Oh, das ist... Es ist ein komplett gecraftetes Deck quasi. Schaffen wir das. Budget. Wir brauchen jetzt nur Mass Removal und notfalls so ein paar Halbs. Die sind ja auch nicht super schlecht. Im einen Memorial. Das bringt uns aber nicht viel. Wir könnten halt auch angreifen und hoffen, dass er hier mit denen blockt. Aber das ist einfach noch zu schlecht, finde ich. Also machen wir... Wir können tatsächlich... Komm, eine Karte können wir ziehen. Und dann können wir immer noch Walker plus Shaman legen. Oh, da ist der Hulk. Also legen wir auf jeden Fall den Shaman. Damit der ein bisschen billiger wird. Nice. Das Mana wollen wir nicht. Und den Walker. Perfekt. Jetzt kostet der Hulk nur noch... 3 Mana. Jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall noch sowas wie ein Chupacabra. Große fliegende Kreatur. Gefällt mir nicht so. Nein. Jetzt kommen die ganze Mythic Rehabilitation. Das, die man in der Sammlung hat. Oh, oh. Ein weiteres Feindfinality wäre halt auch nicht so super schlecht. Aber das muss man halt erstmal kriegen. Die Sache ist, unser Gegner wird bestimmt nicht so nice blocken. Plague mehr sieht nahezu niemand kommen. Obwohl es aktuell eine richtig gute Karte ist. Sprich, wenn wir angreifen. Wir greifen an mit dem Shaman. Der Shaman wird hoffentlich entweder von Trostani oder dem Engel geblockt. Das Blöde ist, sie blockt bestimmt irgendwas. Und ich hätte es echt gerne, wenn die 2-2 an 1-1er blocken. Und dann spielen wir den Playcrafter hinterher. Versuchen wir mal einen Trick-Spielzug. Zack, 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 zack. So blockt der wahrscheinlich nur mit den Starken. Also eigentlich sollte unser Gegner gar nicht wirklich blocken. Weil es super gefährlich ist für ihn. Ja, ich behalte mal einen Käfer. Eventuell will ich den opfern in den Playcrafter, falls hier gleich alles stirbt. Aber ich glaube, um gegen diese Macht an Kreaturen anzutreten. Schade, er blockt den 3-1er so. Dann will ich ja schon fast traden. Ich glaube, dann lassen wir das so. So. Dann legen wir dennoch das Plague-Man hinterher, um den Token abzuräumen. Und dann muss sich zumindest unser Gegner von einer seiner besseren Kreaturen trennen. Und wir nehmen den Käfer. Hätte besser sein können, aber funktioniert halt nicht immer. So. Warum fliegt der Playcrafter hier komplett aus dem Bild raus? Ich weiß es nicht. Habe ich auch noch nicht gesehen. Man lernt immer was Neues. Mal gucken, was unser Gegner macht. Was würde ich da opfern? Wahrscheinlich Trostani, oder? Oder? Schwer. Ne, ist schwer. Doch, Trostani. Okay, hervorragend. Okay, unser Gegner hat halt sehr viele Lebenspunkte. Aber wir können halt auch relativ gut Konter attacken. Verdammter Lifelink. Jetzt kommt der 4-4er-Engel. Okay. Wo sind denn eigentlich... Da ist ein Chupacabra und da ist ein Feindfinality. Die Sache ist, wir können nur den White Gross Walker damit retten. Jetzt die Frage, wollen wir vorher angreifen oder wollen wir quasi gar nicht angreifen? Ja doch, wir können eigentlich mit allen angreifen, außer dem White Gross Walker. Mit den Marken hat er 5 Widerstand und überlebt das. Also greifen wir einfach an. Kann ja auch irgendwie sein, wir versuchen zu racen oder wir wollen eh was opfern. Ich sag mal so, wenn wir die ganzen Flyer weg haben, ist das echt ganz gut. Unser Gegner hat eine Handkarte. Wir haben Hulk plus Memorial. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und ja, das waren jetzt 6 Schaden for free für uns. Ist jetzt nicht das Beste, aber... Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Feindfinality ist einfach super wichtig. Für jedes Golgari Deck. Sieht man hier mal wieder. Und unser Gegner hat so ein Power Deck. Gar nicht mal schlecht. Good Game, sagt er. Haben wir die Engel besiegt? Ich weiß nicht. Er hat 25 Leben. An der Stelle sagt man dann eigentlich noch nicht Good Game. Aber mal sehen. Wir haben einen Hulk. Jetzt wo ich das sehe, das hätte man dezent besser spielen können, indem ich das hier vorher opfere. Eine Kreatur zurück auf die Hand nehme und mit dem Hulk das wieder ins Spiel bringe. Wieder was gelernt. Muss man ein bisschen aufpassen. Muss man ein bisschen aufpassen. Und auf jeden Fall darf man sich nie zu sicher fühlen. Nehmen wir Isoni. Ich glaube, Isoni ist halt der... Der Good Stuff Man. Und es kann halt auch sein, dass der Hulk jetzt stirbt. In sowas wie Seal Away oder einem Random Settle the Wreckage. Habe ich davor Angst? Ist das wichtig, ob wir für 6 oder für 8 pro Runde angreifen? 4 mal 6 wären 24. 3 mal 8 wären auch 24. Es ändert was. Na komm. Wenn er es hat, dann zündet er es. Das Random Settle the Wreckage. Oder Seal Away. Und dann gewinnt Isoni. Nein, es ist ein March. Okay. 4-1-1er Life Link. Aber wir haben 9-1-1er Käfer. Mal gucken, ob der Schwarm, der Golgari-Schwarm, das müsste doch ausreichen, oder? Flourish. Oh, das sind nochmal 12 Lebenspunkte für unseren Gegner. Okay, das sind alles 3 Dreier. 1, 2, 3, 1. So viele will ich eigentlich gar nicht blocken. Aber ich will auch nicht so viel Schaden nehmen, weil sonst... Moment. Wie groß ist der Konterangriff? Unser Gegner geht auf 25. Ja, nee, okay. Das kriegen wir nicht in einer Runde. Man hätte auch Jump blocken können. Aber ich verlasse mich hier auf den Golgari-Schwarm und unseren Kartenvorteil. Das ist relativ safe. Wobei, hier sind auch nochmal 3 Lebenspunkte drin. Also, ihr seht, man kann das Deck, wenn man sich noch eine Minute Zeit zum Überlegen lässt, auf viele Art und Weisen spielen. Und es ist wirklich, wirklich krass gut. Mhm. Ich behalte wirklich nur so Jump blocker zurück. Wobei... Oh, hätte man noch mit einem mehr angreifen können. Aber das ist halt garantiert nächste Runde. Alles ziemlich tödlicher Schaden. Komm, legen wir noch einen Playcrafter. Und dann ziehen wir noch eine Karte mit Isoni. Also, ich glaube, mehr Kartenvorteil konnten wir hier ja gar nicht generieren. Das kann sich jetzt nur noch um Runden handeln, würde ich mal sagen. Ein, zwei Runden müsste die Sache eigentlich durch sein. Mhm. Und go. So. Gucken. Wahrscheinlich letzter Top-Deck für unseren Gegner. Emara. Das wird wohl nicht reichen. Kurz gucken, wenn er die stärksten beiden blockt. Sind das 5, 6, 7, 8, 9. Nicht genug Schaden, also können wir tatsächlich auf jeden Fall einen Käfer noch opfern für die Bonuskarte. Festieren wir ja einen Chupacabra oder ähnliches, falls noch nicht alle im Friedhof sind. Nee. Okay, ich wollte gerade sagen, das war jetzt kein guter Draw. Wir hätten uns jetzt noch reinziehen können. Aber unser Gegner hat conceded zugunsten unseres Kartenvorteils. Da wäre er einfach nicht mehr rausgekommen mit dem Deck. Und ja, Late-Game-Potenzial ist da. Obwohl wir wirklich hier so ein Budget-Deck gespielt haben. Jetzt hier der letzte Gegner hatte wirklich starke Einzelkarten in seinem Deck. Aber ja, hat funktioniert. Auch online mit dem Budget-Deck. Ich hoffe, diese leicht andere Version des Building on a Budget hat euch gefallen. Würde ich mich auf jeden Fall mega über einen Daumen hoch freuen, wenn dem so ist. Supportet den Kanal auf jeden Fall immer immens. Und ja, das war es jetzt erstmal für dieses neue Building on a Budget. Bin super gespannt, was ihr sagt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.